In diesem Video zeigen wir, wie die Maskulinprobe funktioniert und wozu ihr sie braucht. Wenn wir den Kasus eines Nomens oder einer Wortgruppe bestimmen wollen, hilft uns die Frageprobe nicht immer weiter. In solchen Fällen nutzen wir die Maskulinprobe. Um den Kasus zu bestimmen, ersetzen wir das Wort bzw. die Wortgruppe durch ein Nomen mit dem dazugehörigen, definiten Artikel im Maskulinum. Dabei kommt es nicht auf den Sinn des Satzes an. Anhand des Artikels können wir nun den gesuchten Kasus ablesen. Wir ersetzen Anna jeweils durch Der Vogel liest gern Wir erkennen, dass Anna im ersten Satz im Nominativ-Singular und im zweiten im Dativ-Singular steht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017